Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon am Titel seht, wollen wir heute nochmal auf Betrugsmaschen hinweisen, da das ja einfach ja unendlich vieles ist. Sprich, wir haben hier einen interessanten Artikel eigentlich, der eigentlich mal zeigt, wie viele Leute prozentual darauf reinfallen im letzten Jahr und ja, wie die Summe ungefähr ausgefallen ist. Dazu möchte ich einmal Stellung beziehen und ja, euch generell natürlich auch nochmal ein paar Tipps geben, wie ich so meine Kryptowährungen schütze, weil das auch immer sehr, sehr viele Leute fragen, was benutze ich denn eigentlich dafür, mich zu schützen, zu schützen und so weiter. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, wir schauen uns zuerst einmal den Artikel hier an. Dort geht es nämlich darum, wie Betrüger eigentlich profitieren von dem ganzen Bitcoin-Wahn und Krypto-Hype. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Artikel. Der wird, denke ich mal zumindest, auch auf die Maschen eingegangen, dass man da so ein bisschen gegen vorbeugen kann. Und zwar, immer mehr Menschen wenden sich mit Kryptowährungsbetrug an die US-Handelsbehörde. Seit Anfang 2021 wurde bereits über eine Milliarde Dollar Verlust gemeldet und da müssen wir ganz klar sagen, das ist das, was gemeldet wurde. Also ich denke mal, die Dunkelziffer wird sogar mehr als doppelt so hoch noch sein, weil vielen das auch einfach natürlich irgendwo zu peinlich ist, wenn sie auf einen Scammer reingefallen sind, dass sie da dann irgendwie irgendwo mit hingehen oder generell, dass sie natürlich dann auch irgendwo sagen, ja okay, Geld ist weg, mach einen Haken dran, nächstes Mal bist du schlauer so ungefähr. Also ich denke, dass nicht mal 50% oder so das überhaupt zugeben würde beziehungsweise sich irgendwo melden würde. Von daher, ich denke, dass die Summe deutlich, deutlich größer ist als hier natürlich angegeben. Seit Anfang 2021 haben sich mehr als 46.000 Menschen, ja, wie gesagt, ich denke auch dort wird die Zahl mit Sicherheit doppelt so hoch sein, 46.000 Menschen an die Federal Trade Commission, FTC mit Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen gewendet. Den Verlust beziffert die US-Handelsbehörde, die auch für den Verbraucherschutz zuständig ist, auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Im Durchschnitt beträgt der Verlust demnach etwa 2.600 Dollar pro Person. Je höher das Alter, desto größer Verlust, berichtet die FTC. Ja, also im Regelfall, ja, je älter die Person, desto mehr steht sie meistens im Leben und hat natürlich dann auch mehr Geld zur Verfügung und dementsprechend mehr zu investieren. Und dann ist häufig auch natürlich in dem Fall der Verlust größer als irgendwie bei einem 18, 19-Jährigen, der vielleicht seine ersten 100 Dollar oder so in die Hand nimmt. Deswegen, also das ist schon relativ naheliegend. Geringes Verständnis für Kryptowährungen und Technik. Fast die Hälfte der gemeldeten Betrugs- und Verlustfälle wurden über soziale Medien initiiert, angeführt von Instagram mit 32%. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und gefolgt von Facebook 26%, WhatsApp 9% und Telegram 6%. Da hätte ich persönlich gedacht, da ist die Zahl viel, viel größer, weil ich kriege es hauptsächlich ja natürlich dann über Telegram mit. Telegram oder Twitter ist so, ja, Kryptoworld kann man es ungefähr nennen, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass bei Telegram ja schon fast so ein bisschen die etwas erfahreneren Leute sitzen, also gerade auch so die Krypto-Community. Im Regelfall kommt da keiner rein, der direkt sagt, ja, hey, ich habe noch gar keine Ahnung, ich möchte meine ersten 100 Dollar in Bitcoin investieren. Ist zumindest selten bei mir so der Fall oder bei uns so in der Gruppe der Fall. Von daher, da sind eigentlich schon so ein bisschen die geschulteren Leute, von daher fällt das deswegen wahrscheinlich etwas geringer raus. Aber ansonsten gehen die Scam-Boys ja eigentlich auf Telegram immer am aggressivsten vor. Also daher hätte ich eigentlich gedacht, dass es höher ausfällt. Seit 2021 sind mit 575 Millionen US-Dollar Verlust durch Investitionsbetrug der Behörde gemeldet worden. Weit mehr als bei jeder anderen Betrugsart betroffen waren der FTC zufolge überwiegend Personen mit geringem Verständnis für Kryptowährungen und die zuhörige Technik, die auf gefälschte Apps und Website hineingefallen waren. Und das ist auch einfach das Ding, was auch natürlich automatisch mein erster Tipp ist, informiert euch, bevor ihr hier Geld in die Hand nehmt. Deswegen ist auch mir sowas nie passiert, weil ich bevor oder generell auch mit Verlusten habe ich im Gruptobereich relativ wenig Erfahrung, was natürlich sehr, sehr gut ist, weil ich mich wirklich monatelang vorher informiert habe über die ganze Materie, über genau solche Maschen, bevor ich überhaupt den ersten Euro in die Hand genommen habe, um zu investieren. Und deswegen ist mir sowas eigentlich nie passiert. Oder dass ich in dem Fall, weil ich natürlich auch vorher schon aus dem Forex-Trading-Bereich komme, das Grundwissen, so buy low, sell high, etc. Es ist bei mir nie passiert, dass ich irgendwo mal einen Coin am All-Time-High oder so gekauft habe. Ich habe dann immer auf einen Fall gewartet und so weiter. Deswegen habe ich eigentlich dort nie wirklich Verluste gefahren. Und ja, das ist das, was ich jedem als SS ans Herz legen kann. Informiert euch ausführlich, bevor ihr anfangt mit dem Kryptohandel. Falls euch hier jemand zuschaut, wo es das erste Krypto-Video ist, was ihr jetzt vielleicht gerade hier seht, immer erst informieren und vor allem erst schützen und dann anfangen zu investieren. Da kommen wir nämlich auch noch gleich zu, wie man sich auch im Vorfeld schon schützen kann, ohne dass man jetzt vielleicht direkt eine Hardware-Wallet oder so sich anlegt. Einige Opfer berichteten, dass Testauszahlungen von ausreichendem Umfang im Vorfeld das Vertrauen gefördert haben. Sie und sie anschließend größere Summen investierten. Auf Platz 2 landete der Betrug über vermeintliche Partnerschaften, Romantik und Liebe. Dabei floss fast jeder dritte Dollar in die Taschen der Tastertug. Ey, das kann mir doch keiner erzählen, dass in der heutigen Zeit noch einer aus solchen Sex-Bots da auf Instagram reinfällt, oder? Ey, das ist ja noch dämlicher. Okay. Geht es jetzt da noch so weiter? Achso, der freundliche Agent von nebenan. Die mit Identitätsbetrug erbeuteten kriminelle weitere 133 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen. In einigen Fällen gaben sie sich gegenüber den Opfern als Amazon-Mitarbeiter aus oder suggerierten, dass die Betroffenen in einem umfangreichen Betrug zum Opfer gefallen sind und dass ihr Geld in Gefahr sei. Ja, dass auch die nächste Geschichte oder auch so Support-Agenten, sagen wir mal so, wenn jetzt einer irgendwie Probleme mit der Solana-Wallet hat oder so und dann fragt man irgendwo in Gruppen nach, möchte Infos haben und kriegt sofort 10 Nachrichten auf Telegram. Ja, hey, ich bin ein Supporter und ich kann das für dich lösen. Du brauchst das Einzige, was du machen musst, ist hier auf dieser Seite eben deine Seed-Fries eingeben und ich recover das für dich. So, da nächster Tipp. Wenn ihr angeschrieben werdet, ist es immer Scam. Nicht 98, 99 Prozent, sondern immer. Also fallt da bitte nicht drauf rein, sofern ihr angeschrieben werdet, dass ihr handeln sollt. Sofort Nutzer blockieren. Niemals werden euch Admins oder Support-Unternehmen oder was auch immer, Support-Agenten zuerst anschreiben. Die werden maximal dann antworten, wenn ihr eine Support-Anfrage gestellt habt. Und dementsprechend, wenn ihr angeschrieben werdet, immer sofort die Alarmglocken an. Das ist immer Scam zu 100 Prozent. Nicht 98, nicht 99, zu 100 Prozent. Also fallt auf sowas bitte nicht rein. Gut, dann wird hier natürlich noch weiterhin darauf hingewiesen. Garantierte Gewinn und große Renditen. Die meisten Kriminellen erbeuteten der FTC zufolge mit großem Abstand. Bitcoins 70 Prozent, sogar gefolgt von Tether 10 Prozent auf Platz 2 und Ether 9 Prozent. Jeder vierte Dollar, der als Verlust gemeldet wurde, ist demnach durch Betrug im Zusammenhang mit Kruppbewährungen gestohlen worden. Da geht es nochmal genau um diese hohen Renditen. Und hier wird auch nochmal davor gewarnt. Da sollten bei euch auch schon die Alarmglocken angehen, wenn irgendwo einfach so unlogische Renditen garantiert werden. Ihr könnt jeden Monat 100 Prozent machen. Selbst wenn das 10 Prozent sind. Selbst wenn ihr 10 Prozent pro Monat garantiert habt. Rechnet euch das mal auf 10, 20 Jahre hoch. Dann seid ihr bei der Summe von 1000 Dollar im Multimillionen- bis Milliardenbereich. Je nachdem, wo das dann hingeht. Also, das ist nicht möglich. Also, das machen natürlich die Betrüger gerne, weil 100 Prozent klingt natürlich schon krass viel. Da weiß der Großteil eigentlich schon, nee, das kann nicht sein. Aber dann füttern die so an, ja, und erst am Monat 5 Prozent, dann 10 Prozent, dann 15 Prozent und immer so weiter. Sodass es so ein bisschen realistisch zumindest klingt. Also, wie gesagt, wenn euch solche Gewinne garantiert werden, deswegen kann ich euch auch nochmal vergewissern. Ich weiß, der ein oder andere hat da vielleicht schon mit Erfolg gehabt oder so, aber auch Trading-Bots zu 99 Prozent funktioniert das nicht. Und ihr verliert euer Geld. Genauso wie Copy-Trading macht das einfach nicht. Ihr werdet zu 99 Prozent dort euer Geld verlieren oder zumindest im Long-Term. Ja, das kann sein, dass ihr kurzfristig der Bot irgendwie super funktioniert oder so. Aber dann fängt das schon mit der Auszahlung an, dass dort zu hohe Gebühren sind und so weiter. Und ja, im Endeffekt doch nicht da so viel von habt. Also, alles, was mit irgendwie Bot-autonomen Gedöns zu tun hat, es kann nicht funktionieren. Das wird langfristig nicht funktionieren und es wird euch in die Scheiße reiten, auf gut Deutsch gesagt. Von daher, lasst da bitte die Finger von. Gut, das auf jeden Fall dazu. Dann auf jeden Fall noch, ja, meine eigenen Sachen, wie ich mich eigentlich schütze. Und zwar erstmal, wie ich es im Vorfeld auf jeden Fall mache. Und die erste Sache ist, dass man erstmal überhaupt seine Komponente schützt, mit der man handelt. Sei das das Handy, sei das der PC. Ich bin absolut kein Freund davon, Kryptos übers Handy zu handeln. Krypto.com ist die einzige App, die ich benutze fürs Handy. Ansonsten mache ich wirklich alles hundertprozentig über den PC. Und diesen kann man erstmal durch ein richtiges Antivir-Programm schützen. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Gerade neue PCs haben immer ein sehr, sehr gutes Antivir-Programm. Aber ich habe, wie gesagt, auch schon mal einen PC vom Kumpel auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und da mal einen Viren-Scanner durchgelaufen. Also das war fünfstellig, was mir dort angezeigt wurde an Bedrohungen und sowas. Also von daher, so hundertprozentig selbstverständlich ist es doch nicht. Aber das ist schon mal die erste Sache, wie ihr überhaupt erstmal eure Komponente schützen könnt. Durch ein vernünftiges Antivir-Programm. Und vor allem auch ganz wichtig, für mich persönlich zumindest, NordVPN. Ja, da seid einfach geschützter unterwegs. Ihr seid verschlüsselt unterwegs. Auch darüber hinaus hat das natürlich Vorteile, dass ihr irgendwo anonym unterwegs sein könnt. Und zwar da, also ich habe jetzt, glaube ich, NordVPN gesagt. Generell VPN. Das muss jetzt nicht zwingend NordVPN sein. Aber NordVPN ist zum Beispiel das, was ich nutze. Und dementsprechend, ja, auch da habe ich einen Link für in die Videobeschreibung. Das sind 72% hier in dem Fall dort spart. Also umgerechnet sind das auf zwei Jahre gerechnet vielleicht 2,80 Euro oder so, die ihr im Monat dafür zahlt, dafür, dass ihr komplett geschützt und verschlüsselt im Internet unterwegs seid. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und ja, dementsprechend, das kann ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen. Die nächste Sache ist natürlich, die Kryptos direkt selbst zu schützen, ganz klar. Eben durch eine Wallet oder am besten, noch besser, durch eine Hardware-Wallet. Das kann zum Beispiel eine Bitbox sein. Das kann Ledger sein und so weiter. Mit Bitbox, muss ich gestehen, habe ich jetzt keine Erfahrung. Ich bin von Beginn an eigentlich bei Ledger gewesen. Habe mir auch nie was anderes dazu gesucht, weil Ledger für mich immer super war, das immer funktioniert hat. Ich hatte noch nie Probleme damit. Und dementsprechend habe ich es auch gar nicht in Erwägung gezogen, irgendwie was zu wechseln. Von daher, ja. Ich nutze ebenfalls einen Ledger Nano S. Mittlerweile gibt es auch schon den S+. Das ist so das Zwischenstück zwischen dem S und dem X. Na, Ledger Nano X müsste der größere sein, genau. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Auch dazu habe ich einen Link in der Videobeschreibung, wenn ihr das nutzen möchtet. Lohnt sich aber auch ganz klar erst, wenn ihr wirklich dabei seid, höhere Beträge zu investieren. Also, weil der kostet, glaube ich, auch 80, 90 Dollar, irgendwie sowas. Wenn ihr gerade vielleicht 200, 300 Euro in Bitcoin oder so habt, macht das relativ wenig Sinn. Aber spätestens, wenn man eigentlich mit mittleren vierstelligen Summen hantiert, dann sollte man so etwas auf jeden Fall schon in Erwägung ziehen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich nutze. Und da kann euch einfach wirklich nichts passieren, weil es offline gelagert wird. Und, ja, in dem Fall ist es noch nicht mal mit der Komponente, also mit dem PC in dem Fall verknüpft. Das heißt, es ist einfach doppelt gesichert. Es ist noch deutlich sicherer als eine Hot Wallet, also so Metamask, Trust Wallet oder was auch immer. Von daher, ja, das sind auf jeden Fall für mich die wichtigsten Tipps, um sich zu schützen. Erstmal natürlich die eigene Achtsamkeit, ja, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr angeschrieben wird, angetextet wird. Genauso wie bei mir in YouTube in den Kommentaren. Also, wenn ich werde niemals, werde ich euch auf meine WhatsApp-Nummer oder so verweisen oder generell euch darauf verweisen, irgendwie zu handeln. Ja, also das sind immer Scammer. Das sind Leute, die mein Profilbild kopieren und allem drum und dran. Und fallt da bitte nicht drauf rein. Ich weiß, ich habe es schon 10.000 Mal gesagt, aber es ist einfach wichtig. Wie gesagt, eigene Aufmerksamkeit, ein bisschen nachdenken, ein bisschen informieren über Dinge, wenn Renditen zu schön klingen, um wahr zu sein. Das ist immer Scam. Die Leute wollen immer nur das Beste und zwar euer Geld. Und zweite Sache, die Komponente schützen mit Antivir und VPN-Anschluss. Und die dritte Sache, die Kryptos selbst schützen auf einer eigenen Wallet. Am besten, wie gesagt, eine Hardware-Wallet. Ich dazu benutze den Ledger. Und damit bin ich super zufrieden und das kann ich nur so weitergeben. Ja, das auf jeden Fall nochmal zum heutigen Video. Ach, wie krass das eigentlich ist, wie viel Kohle da bei verloren geht. Hier haben wir es auch nochmal stehen. 2021 durch Betrug insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar erbeutet. Und das sind, wie gesagt, alles absolute Dunkelziffern, weil der Großteil einfach auch sagt, ja, okay, ich habe jetzt Geld verloren, ich mache einen Haken dran, nächstes Mal bin ich schlauer. Also, das ist mit Sicherheit noch doppelt so viel und das ist einfach krass. Und das Problem an der Geschichte ist, dass wirklich die geringste Zahl vielleicht durch einen Scam verloren geht, also durch einen Hack verloren geht. Und die größte Zahl ist wirklich leider Gottes einfach die eigene Dummheit, indem Leute eben auf so genau solche Leute reinfallen. Von daher, ja, einfach wenn man zu wenig Plan von der Materie hat, ist es einfach wichtig, sich da zu schützen, möglichst zu informieren. Und, ja, ich finde es natürlich auch schrecklich, ich fand es wirklich schöner, als die einzigen Internetbetrüger noch der nigerianische Prinz war, der dir eine E-Mail gesendet hat, von wegen, dass du ihm noch bitte Geld überweisen sollst, damit er dir in 10 Jahren für immer ein schönes Leben bieten kann, weil er der beste Mensch der Welt ist und nur das Beste für dich möchte. Also, ja, die Zeiten gibt es leider nicht mehr. Aber, ja, das auf jeden Fall dazu. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Habt ihr vielleicht noch andere Ideen, wie man seine Kryptos schützen kann? Gibt es da vielleicht noch andere und noch bessere Wege? Und so weiter, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass niemand von euch noch in den Scam gerät oder schon geraten ist. Ich hoffe, ihr passt immer weiterhin auf euch auf und die Tipps haben euch ein bisschen geholfen. Ansonsten würde ich wie immer sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.